Maulesel nach vorne ach so dass der Charakter von mir das ist jetzt auch auf der 1.6.2 aber wie geil dass die Erschwerte ein Fax aus dem sie müssen gehen als er drei Schläger auf das ist eine Rüstung das ist schwerer auf 1 das ist tot du Monster das war nicht im Fall ihr Monster das ist doch Maulesel das Geburts was er auf nicht töten nicht töte das ist tot und das ist nichts Florea Feuer der Mörder hier alles tot er war im Erd der Bollywoods Film war scheiße naja es ging nicht töten du Horensohn ich würde euch ja noch umbringen oh Barco hat total verkackt ja nicht einmal gandhi 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 gemacht ist so und der sagt zu mir Rassist weißt du das ist ja ein Vorteil das ist ja kein Rassismus schlecht wieso springst du direkt weiter du warst noch auf den ersten Block da ist doch klar dass du nicht weit kommst du kannst er weiter springen aber nicht direkt springen war quasi das nervvoll ja gar nicht das überhaupt ist auch an Geräusche habe ich auf 15 Prozent und Musik auf ein Prozent er macht die ganze Zeit die Tür auf und zu der Spaß zieht stimmt nicht nein nur nicht Spacko wir werden hier den Boden weggemacht gerade mal Gott das war hier auch rein Hilfe er hat die Tür ja sehr auf und zu gemacht Mist wo ist ach hier Boah Boah hey look at Renée er ist schlecht auch hier Boah Boah Wiese Sprechse direkt wo er ist jetzt noch weitergesprungen und er hat Maul er genau das bringt zweimal weil du einmal der Trasse Trotz nur ich habe auch mal der Trasse gedrückt oder ich bin auch manchmal zweimal wie es macht es ist doch ich brauche ich dich jetzt macht mich trotz hat sie hier ich trotz habe ich mich nicht nur tipps wie du bemerkst nicht nur es ist kommt es aber nicht beprutzen es ist kein Protzen das ist eine Ecke und ich bemerke dich nicht seitdem damit eine Fehler damit du vielleicht spielt das danach richtig machen kann genau aber das Christian damals gebacken jawohl so sehen hier verkack ich immer das ist genau der gleiche wie die davon Kasten so war wieder ein Fehler Boah das ist echt traurig wenn man den hier verkackt ey das ist echt traurig ja weil man ist fast am Ende und alter meiner Sprung gar nicht das war auch genau im richtigen Moment abspringen muss er die erste Pech dort wenn er erster Lin noch ein bisschen Blut auf der Kante von einer Schnauze die da vergehen geknallt ist 4 das ist ja noch mehr h lauter ging es nicht nun nur so als Frage m euch will ich es sind darf es lassen die Scheißfurt dann kommt noch mal an uns vorzulegen mann er kommt noch mal abgestattet und da nahe immer noch gab es das viele abstehen dass die sie sich auch kacke um mann und es kommt noch wasser challenges nach um hier ist auch noch was sie hier boah und da kommt noch ja hier ist das letzte oder da hat es lassen wir das letzte Prozent hier ist laps dazu die Arena da ex-jahr danach kommt block Prozent siegel aber wenn es nicht weiter ist welche Nummer das er kommt einfach beim vorletzten das ist ja das letzte ist das das letzte ist sie muss gucken wo die Verbindungen sind ihr alle 60 okay noch so ein bisschen darüber kommen da ist mir egal nicht vormachen machen wir haben sie sollen hier bitte vormachen wenn wir gar nicht da reinkommen verschieben genau weil wir es auch nötig haben drück doch Schiff wenn du gesprungen bist dann springst du auch nicht weiter ja aber ich will ja den Schwung nehmen damit ich direkt weiterkomme ja aber wenn du direkt springst dann packst du das nicht weil du erst auf dem ersten Block landest und wenn du von da aus springst dann ist es klar dass das nicht schafft das schafft dann eh nicht wenn ich dann dort bin Flo weil ich zu wenig Schwung habe ja aber wenn du vorher springst dann ist das genau das gleiche da versuch doch wenigstens das mit Shift boah kacke wenn du schon weißt dass das eine nicht funktioniert da versuch wenigstens das andere das hat doch gar keinen Sinn wenn ich dann stehen bleibt ja warte wieso funktioniert der hier dann ab und zu hä hä wiese ja super das war jetzt weiter gesprintet ne boah schade das war jetzt echt traurig scheiße das war der letzte schwierige Sprung nein der voll letzte danach kommt noch so einer boah René du pack das ach miss man jetzt kacke ich voll hallo was ist da los das war so passiert ich habe den Kürbis auf gesetzt wo war ich habe es sieht bei meinem Textabell richtig geil aus bestimmt nicht jedoch hier gibt es man kann es naja kann man nicht aber es wird einem angezeigt von mir ist das Buch vor Ort weil es ist ein bisschen aufwollt sich aus nein überhaupt nicht aber man wird nicht von Endermännern gesehen wenn man die anguckt oder mit den Kürbis auf dem Korb wir gehen weiter an das beste ist man hat die ganze Mitte frei also ist ein es wird bei mir wird nur von außen Sicht weggenommen alter ist voll gut ich gucke durch so eine Kugel das ist voll gut das ist voll lustig das ist auch voll gut das die die auch zwei selbst 0 ich freue mich schon wenn wir in die Ruine da oben kommen ich frage was da drin ist das sieht man kann Zürich und ich komme ich komme nicht wo 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 bei im Hintergrund. Voll glücklich. Voll geil, ey. Der Turm ist voll geil. Florian geht einfach gar nicht weiter drauf ein. Ja, weil ich sie ignoriere. Ja, aber ich glaube nicht, dass die Zuschauer das ignorieren. Ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich den Zug sagen, dass er nicht mehr vorbeifahren soll? Die Tür zu machen. Ich meine, das Fenster zu machen. Das ist so. Junge, weißt du, wie laut die Züge da bei ihm sind? Das weißt du selber gar nicht passiert. Anscheinend sehr laut. Tja. Das ist ein volles IC, weißt du? Boah, ey. Und René, das, was du gerade gemacht hast, davon wollen wir aber nicht mehr reden, ne? Hör, was hab ich denn gemacht, da? Du hast mit mir jemandem geredet. Oh nein. Hast du ja noch nie gemacht. Tja. Dann beschwerte ich nicht bei mir über den Zug. Jetzt aber. Hör, richtig geil. Voll nicht. Ja, für dich nicht, ne? Für wen ist das denn bitte schön geil? Tja, für keinen. Ja, aber das kann für dich nicht. Ja, weil du verkackst. Deswegen ist es für dich besonders nicht geil. Besonders nicht geil. Besonders ungeheizt. Besonders ungeheizt. Poppasee. Was? Boah. Boah. Was denn? Ja, René, springe weiter. Ja, ich will das tun. Was hab ich denn gemacht? Gar nichts. Er dachte, du wärst das mit dem Pferd. Ah, Florian hat die Scheiße gebaut. Hey, 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 hey. He, hey, hey, hey. Alter. Ja, nee, wenn du die Seele en schaffst, dann wartet ein süßer Maulesel auf dich. Oh, was ist, wenn ich aufgebe? Oder ist das nur ein Esel? es gibt dann der Esel für mich umbringen kürzelt und das Pferd was annehmen gespornten und das anruft und das kann und das kleine bb fährt ja das kann das muss ich jetzt um kein stress die Welt so wie die Verlust 4 es kommt nach seinen Eltern hey kein scheißwerd ich will euch ja sagen der war schon die ganze Zeit so man kann mit Schwertern jetzt keine Gegenstände mehr kaputt machen in der Mord das ist cool aber kann immer noch die Tiere töten das ist gut weil man schlägt ja immer aus Versehen dran vorbei ja aber mit allen anderen geht das noch oh warum sollte man das anderen auch schlagen I will never have ich guck mal an wie die tollen Sachen in diesem supergeilen texture pack aussehen was hast du denn jetzt für eins hast du wieder ein neues drin oder wie nein das hätte ich am Anfang gesagt dass ich ein neues drin habe und guckst du jetzt die alten Sünder durch die Welt ist wie die aussehen ich habe mir nicht alles angeguckt und zu passen was das wird sein um es sei da war das Kuh keiner gehört so man war ja auch beabsichtigt ich weiß ich weiß dann hat's mal hä hä wieso wird das Spinneneuge zu essen er will denn ein Spinneneuge essen die Eisenrüstung sieht genauso aus wie die Kleidung von Link wie macht man sich noch mal Kürbiskuchen kein mit Kürbis ha ich darf später ok was denn es gibt kein Kürbis zu gelangen was es gibt keine Kürbisse doch das war ein Witz man ich wollte ihn verraschen ich sie hat sogar gerade eine Aufgabe alter der ist einfach durchgeflogen ich bin auch im Game und du du machst oh ich darf gar nicht mehr dass sie wieder hoch hier hoch wir haben muss auch ein bisschen nachdenken passen die Rote das ist für mich dumm und das ist keine Eisenrüstung passiert ist eine Lederrüstung das ist ja auch eine Lederrüstung da gerade gesagt die Kettenrüstung sieht aus wie die Rüstung von Link aber ich habe gesagt dass ich habe ich gesagt dass ich die angezogen habe das ist auch voll die Rüstung nach wie bekommt man denn bitte türkisen Farbstoff ja die Anzüge türkisen an türkisen Farbstoff ja war ich schwul keine Ahnung oder rosa nimm hä ne noch mehr schwul ok das ist denn ein Neta Stern das ist ein Neta Stern das ist das Zelda Dreieck cool ha ha boah ey wenn ich jetzt noch drei wenn ich jetzt bis drei versuchen nicht da vorne hoch gekommen bin was ist dann gib ich auf ey kein Bock mehr Pasi ja ich habe schon mal das Schild raus geholt ok 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 ok